ich brauche da oben mal ein bisschen mehr platz für eine schule gleich wunderbar der zug noch mal gefahren sagen wir mal ob das funktioniert wahrscheinlich nicht das muss wahrscheinlich anders bauen okay dann kommst du nicht mehr ich habe auch kein bock ich wollte nicht gucken ob das funktioniert wie immer viel mehr abreißen sich will junge so viel solltest du jetzt nicht runterreißen na gut weil ich nicht gespeichert habe kann ich auch nicht viel machen das geht nicht wirklich es ist nicht es ist es ist es ist es ist es ist es Ja, dann bauen wir hier auch noch, haben wir es bald drüber gepuzzelt, das brauchen wir einen Häuserblock hin, und auf die andere Seite bauen wir mal Gewerbe hin, weil ich müsste auch mal die Industrie noch irgendwo hier hinklatschen, ne. Ich komme da erstmal Industrie hin, passt schon. Könntest du da bitte mal was hinbauen? Liebes Spiel, bau doch mal was hin. Jetzt baut er da nix hin, ja, dann mach ich halt selbst, das ist ein Scheißspiel. So, jetzt, jetzt haben wir da oben Platz, Platz haben wir mal, ne. Ist da wahnsinnig viel Platz wir da oben haben, ich hab selten so viel Platz gehabt. So, nach Eben, Leerzeichen, Leerzeichen, L-Tal. Jetzt muss ich raten, das ist das Ü. Ja, kann das Ü nicht, er macht stattdessen das da. Okay. Ist da Strom? Ja, ist Strom, perfekt. Sieht scheiße aus, aber da ist Strom. Ah, hier richtig, Schule wollten wir noch bauen, ne. Vielleicht baue ich die mal zuerst, da weiß ich, I guess. Jetzt aber auch nicht mehr hier wie schwer, ne. Sonst gibt's Schläge. Und nicht nur ein Schüler. Ja, da sind sie, ich glaube nicht, es ist kein Schüler. Bleib' bei gleichsam. Ich glaube nicht. Lass uns so weiter was. Also, das ist das andere sehr schön, ist ein Schüler. Et ihr habt mich deshalb in die Ausbildung. Ich glaube nicht, es ist ein Schüler. Aber auch nicht mehr, sonst ist ein Schüler. Ich glaube nicht. aber nicht mehr so gut, ich glaube nicht mehr. Und zwar weil ich das auch nicht mehr an der Lautstamo. Und das ist das andere Stampp. Und das ist das letzte Video heißt, da die你有iones, das ist gut. Oh, wer ist das denn jetzt? Kurze Pause. Auch nochmal wieder starten. Ich habe die Aufnahme auch viel zu lang laufen lassen. Egal. Das war jetzt mein Nachbar. Der wollte wissen, ob ich ein Paket für ihn habe. Er sucht eins. Die Antwort ist nein. So, wo war ich jetzt? Richtig. Zum Glück ist das kein Spiel wie IO4, das jetzt einfach weitergelaufen wäre, wenn ihr keine Pause macht und alles den Bach rumgegangen wäre. Aber das ist hier zum Glück nicht so. Apropos. Ich habe letztens auch mal wieder ein Paket bekommen. Mein T-Shirt von der Fosterm ist endlich angekommen. Wer sich jetzt fragt, wie lange ist das her, dass die Fosterm ist? Die war Anfang Februar. Jetzt muss ich jetzt demnächst mal waschen. Nächste Woche gehe ich waschen. Da wird das gewaschen. Ich könnte es mal anziehen. Moment, brauche ich noch einen Weg hier runter? Nee. Nee, nee. So nicht. Vielleicht in die andere Richtung, aber da habe ich genug Weg. Ich komme dich besuchen. Es ist eine Drohung. Ich komme dich gleich mal besuchen, Junge. Lass aber nicht mehr an die vor deiner Haustür stehen. Nichts tue. Ich bräuchte noch einen Weg da hinten hin. Wasserknappheit bricht ja. Nicht so gut. Aber das ist gar kein Problem. Wir haben nämlich hier irgendwo Wasser. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wenn ich das spähe, damit fördern die noch was. Dann hier so hat man kurz Kraftwerke. Hm. Hm. Aber hey, Delphine ist noch da. Das weiß man immer nicht. Ob noch jemand da ist, schreibt nie jemand. Wollt ihr mal im Chat? In meinem Steam passiert aber auch glücklich noch nichts, was man schreiben könnte. Oh ja, die fördern da Wasser. Obwohl, okay. Gut, gar kein Problem nicht. Leitungen verlegen. Erstmal so ein schönes Rohr verlegen. Egal, ich habe hier gar kein Wasser verlegt. Easy. Handel, weil ein Flughafen. Wo baue ich denn hier einen Flughafen hin? Was? Was? Wie, wo, wann, wer? Hä? Wo baue ich denn hier einen Flughafen hin, Leute? Und das Ding braucht auch noch Platz, ne? Ich habe nur an den Seehafen gedacht, aber nie an den Flughafen. Wollen sie denn immer noch? Ne, sie haben auch gehört, ihn zu fordern. Okay, dann wohnen sie noch nicht mehr. Ende der Geschichte. War schön. Ja, ich habe keine Ahnung, wo ich hier einen Flughafen hinbauen soll. Hier fliegt man nicht mit dem Flugzeug hin. Spind wohl. Schade, jetzt habe ich da hinten schon dicht gebaut. Ich müsste... Ich Está听 also ein Flughafen. Ich habe die Flüge vor. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und dann ist wieder der Platz weg. Ja, sieht so aus, hm? Eins, zwei. Ist da nicht noch ein Platz für ein Drogengeroll? Eins, zwei, drei. Müsste, oder? Jawohl, hab ich doch gleich gesehen. Ich hab gleich gesehen, dass da noch was fehlt. So, ist da wieder dicht. Und sind da noch ein Flughafen? Ne, ist immer noch kein Flughafen mehr. Exzellent, gut. Flughafen war vorgleich abgewendet. Ähm... So, wo ist sonst da irgendwas? Nächste Stand, brauchen wir Feuerwehrleute. Hier hast du gleich 10%. Hier hast du 80. Ausreichend, perfekt. Verlangt Flughafen. Mhm. Mhm. Hm. Ja. Das ist schön, dass ihr den verlangt. Ähm... Okay. Ähm, ich guck mal, was ich tun kann. Flughafen. Flughafen ist mir jetzt spannend. So, ich schaff auf. Und jetzt. Und jetzt. Ich schaff auf. Und jetzt. Das ist ein bisschen wie ein bisschen. Ich schaff auf. Ich schaff auf. Und jetzt. Ja, das ist das. Ok, Moment, ähm... Pass doch mal auf, dann lernst du was. Zum Beispiel mal so ein... Dann passen da noch mal Wohnungen hin. Und zwei, drei, und da passen noch zwei in das Zwiegebiet hin, natürlich. Genau, und dann speichern wir erstmal nicht, dass das am Ende wieder zu klein ist für den Flughafen. Flughafen... So, reicht das jetzt? Ja, das sieht doch gut aus. Ähm, krass, hier, tu mein Flughafen wieder verschwunden, aber ok, fragts keinem. Na, oder ich könnte noch mehr Flughafen reinbasteln. Naja, das passt schon so, oder? Ich habe einen Flughafen gebaut, der war doch ganz easy. Was baue ich da noch hin? Nochmal Flughafen. Hm, die Frage ist, bauen die da hinten jetzt nix, weil da... Ja, wahrscheinlich... Okay, Moment... Das sieht aber einfach kacke aus. Ja, wenn sie keinen Flughafen wollen, ne? Wenn sie nicht so viel Flughafen wollen, bauen wir noch was anderes da rein. Naja, das ist jetzt der Hafen, das wollen wir ja gar nicht haben. Ja, dumm. Pisse, ja dumm. Ja, easy. Passt doch da wunderschön rein. Okay. Okay. So, zwei, drei... Eins, vier... Ja, easy. Ok, der Rest wird jetzt aktuell nicht benutzt, ich weiß nicht ob wir ihn später nochmal benutzen.